Schön, dass du wieder da bist. Komm, folge mir ins Modul Nr. 6. Es geht um Aktionen, um Maßnahmen, die wirklich etwas verändern. Danke auch für deine Geduld, denn bisher ging es ja um viel Vorarbeit und Vorüberlegungen und möglichst strategisch die Arbeit dann zu starten. Jetzt packen wir das an, was ihr auf die Straße bringt oder zum Einsatz, damit eure Ziele auch erreichbar werden können. Aktionen müssen passen. Und zwar gleich in mehrere Richtungen. Aktionen müssen passen zu euch als Gruppe. Denn die eine Gruppe sind alle schwindelfrei und tolle Kletterer. Die können gigantische Banner-Drops von Schornsteinen oder hohen Bäumen organisieren. Andere sind so text- und notensicher, dass sie einen Musical-Flashmob mitten in die lokale Sparkasse zaubern. Oder wieder andere haben Rechtsanwältinnen an der Hand und deswegen die Möglichkeit, bestimmte Konflikte auch auf dem Klageweg voranzubringen. Ihr denkt bei der Planung von Aktionen auch nicht nur an euch, sondern an die Adressatin. Ihr habt gegenüber, die was verändern sollen. Und in manchen Fällen geht es bei der Aktion darum, die Person direkt zu adressieren. Die Ministerin soll euch persönlich sehen. In anderen Fällen ist es der richtigere Weg und der wahrscheinlichere, dass sie euch am Abend in der Tagesschau oder am nächsten Tag in der Lokalzeitung mit einem Foto entdecken kann. Und dadurch aber trotzdem mitbekommt, was los ist. Also auch da geht es darum zu überlegen, was passt zu euch. Und ihr habt eine Zielgruppe möglicherweise. Die Zielgruppe sind die Leute, die eure Taten verstärken, weil sie mitmachen, weil sie es gut finden und weitertragen können. Auch da ist es relevant zu schauen, welche Leute sprechen wir eigentlich an und zu welcher Aktion können die vollen Herzens Ja sagen. Oder wo würden wir sie eventuell verschrecken oder langweilen. Es gibt so viele Aktionen. Ich habe viele mehr auch zum Runterladen in den Handout für euch hinterlassen. Schaut euch das nochmal an und betrachtet vielleicht diese Mindmaps auch ein bisschen als kleine Hilfen für den ein oder anderen Suchbefehl im Internet. Erstmal ein grober Versuch und es ist wirklich nicht vollständig, Aktionsideen zu kategorisieren. Ihr könnt Aktionen draußen machen, im öffentlichen Raum, mit dem Versammlungsrecht. Ihr könnt Instrumente der direkten Demokratie bemühen. Ihr könnt überlegen, an welchen Stellen ist ein Konflikt so zugespitzt, dass auch ziviler Ungehorsam die richtige Maßnahme ist. Ihr könnt schauen, was geht online. Online Aktionen, Online Information, Social Media Arbeit. Dann noch wieder, je nachdem, was zu euch passt, zu eurer Gruppe, wie ihr auftreten und wirken wollt, kann Lobbyarbeit eine größere oder kleinere Rolle spielen. Oder setzt ihr Appelle und Petitionen ein, um die Adressatin mit einer gewissen Anzahl von Unterstützerinnen zu beeindrucken. Kreatives Material, Adbusting und eigentliches mehr macht euch interessanter, führt dazu, dass mehr Leute von euch wissen wollen und es weitergeht. Wir zoomen mal an eins der Themen näher ran, Aktionen und Versammlungen im öffentlichen Raum. Es lohnt sich wirklich und es geht noch viel, viel mehr, als ich hier anreißen kann. Das Versammlungsrecht ist sehr, sehr oft auf unserer Seite. Wir können auch Demonstrationen und Veranstaltungen an sehr ungewöhnlichen Orten im öffentlichen Raum durchsetzen. Es gibt Fahrraddemos auf Autobahnen. Es gibt erfolgreich angemeldete Bootsdemonstrationen auf Flüssen und Kanälen und vieles mehr. Genau, die Demos sind natürlich immer wichtig. Gerade für die Arbeit vor Ort sind aber auch kreative Infostände. Nicht, wo man einschläft, weil da lauter Material rumliegt, sondern aktivierende und motivierende Auftritte in eurer eigenen Stadt. Auch vielleicht mit Straßentheater eine sinnvolle Sache. Ja, wie gesagt, es gibt viel mehr. Ich gehe da gar nicht ins Detail. Ich zeige euch nochmal ein Bild von unserer Aktion Agrarkampagne Brot in Not. Hier sind lauter Bäckerinnen mit Backblechen, einem Holzkeks und ihrem Schild freier Weizen statt Konzerngetreide am Ministerium für Forschung in Berlin. Oder bei einer Demo mit dabei im Brotkostüm. Das ist ein Hingucker und viele Leute haben mit Freude die Flyer und Materialien entgegengenommen. Zum Lärmschlagen waren wir natürlich mit Brotbackformen unterwegs. Direkte Demokratie kann in manchen Fällen genau die richtige Entscheidung sein. Nämlich zum Beispiel, wenn es vor Ort um eine umstrittene Entscheidung geht. Und ihr feststellt, da gibt es bei euch in der Gemeinde so viel Interesse dran und so viel Aufruhr drum, dass ihr mit einer Bürgerinitiative starten könnt. Bürgerinnen-Initiative ist in jedem Bundesland ein bisschen anders geregelt. Nach strengen Kriterien müssen Unterschriften gesammelt werden. Es müssen bestimmte Anzahlen erreicht werden. Und dann führt das zu einem Bürgerinnenentscheid. Und damit zu einer sehr verbindlichen Aufforderung an die lokale Verwaltung, an die lokale Regierung, das auch umzusetzen. Auf Ebene der Bundesländer gibt es Volksentscheide, die immer wieder auch sehr viel Wirbel machen, wie zum Beispiel der erfolgreiche Volksentscheid in Bayern für Bienen, Blumen und Bauern. Genau. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen eingeklammert, im Bereich Petitionsausschuss und die Europäische Bürgerinnen-Initiative, das ist im Prinzip eine sehr formalisierte offizielle Einwendung an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages. Führt nicht zu einer verbindlichen Entscheidung wie der Volksentscheid oder Bürgerinnenentscheid, sondern zu einer Anhörung, die aber durchaus Öffentlichkeit erreicht. Und auch die Europäische Bürgerinnen-Initiative, die mehrmals schon erfolgreich im Bündnis von verschiedenen starken Gruppen durchgeführt worden ist, die braucht eine Million Unterschriften aus sieben Ländern mit verschiedenen Quoren und führt dann aber auch nur zu einer Anhörung. Einer wichtigen, wirklich wahrgenommenen, aber genau, mit einem leichten Abstrich ist es dann trotzdem. Auch zunehmend an Popularität gewinnen Bürgerinnenräte. Die können auf verschiedenen Ebenen zustande kommen und werden wirklich dann spannend, wenn auch ein Bekenntnis politischer Entscheiderinnen da ist, zu sagen, das Ergebnis, was diese Gruppe aus gemischten und gelosten Personen erarbeitet und diskutiert, das wollen wir wirklich auch ernst nehmen in unserer politischen Arbeit. Ziviler Ungehorsam liegt in der Kampagne oft nicht am Anfang, sondern eher dann, wenn eine gewisse Eskalation passiert ist. Wenn ihr merkt, so, jetzt ist es aber mal nötig, noch mehr Nachdruck zu machen, dass ihr eine ganz bewusste Regelverletzung einplant. Sehr häufig gibt es Sitzblockaden und ja, die funktionieren auch ohne Sekundenkleber. Besetzungen von Baustellen, von zukünftigen Bauplätzen, von Bäumen, die gefällt werden sollen, sondern von Häusern, die sonst vielleicht abgerissen oder einem sehr unangenehmen Investor übergeben werden. In manchen Fällen können Boykott-Aktionen weiterführen. Da ist es aber auch sehr, sehr wichtig, sich zu überlegen, wie sind die Kräfteverhältnisse wirklich. Denn ihr schneidet euch ins eigene Fleisch, wenn ihr zu einem Boykott aufruft, wo ihr wisst, am Ende merkt es keiner und tatsächlich merkt es am allerwenigsten, das Unternehmen, was ihr angreifen wollt, weil ihr sagt, es hat richtig Dreck am Stecken. Muss man gut überlegen, ob es passt, hat aber schon große Erfolge gebracht. Genau, mehr sucht ihr euch im Internet. Ich könnte noch lange erzählen über Kommunikationsgeria. Da werden plötzlich Briefe oder Internetauftritte oder sowas erstellt, die gar nicht von dem vermeintlichen Absender kommen und zu interessanter Debatte führen. Wir sind mit Brot in Not auch mal ein bisschen ungehorsam gewesen. Das sind hier Bilder von einer Forschungskonferenz mit, als Redner eingeladen, dem Staatssekretär des Agrarministeriums. Und wir standen dann plötzlich an seinem Rednerinnenpult mit dem Banner Freier Weizen statt Konzerngetreide. Man sieht auf dem Foto schon eine Person dorthin springen, die uns dann gleich das Banner wegnahm. Wir konnten trotzdem zeitgleich Flyer verteilen und Kekse verschenken, sodass das Thema auch sehr haptisch und geschmacklich bei den Leuten ankam. Und wir wurden nicht der Versammlung verwiesen. Wir haben in den Pausen auch noch sehr interessante Gespräche mit den Forscherinnen geführt und viele Bestätigungen für unsere Kritik mitnehmen können. Heute geht fast nichts mehr ohne Online- und Social-Media-Aktionen. Ihr könnt mit den verschiedensten Instrumenten, die es gibt, online auch Unterschriften sammeln. Ihr könnt kreativ aufbereitete Infografiken in Umlauf bringen. Je nachdem, was ihr für Programmierfähigkeiten habt oder Leute kennt, die es können, macht es Laune, auch irgendwelche Mini-Spielereien anzubieten. Und bewegte Bilder können von euren Aktionen berichten. Und ein wichtiges Ding ist es, sich zu überlegen, was passt auch da am besten zu euch. Niemand schafft es, alle Social-Media-Kanäle ernsthaft und gut zu füllen und zu nutzen, sondern es ist schlauer, sich zu überlegen, was ist am ehesten euer Ding und das dann mit einem schönen Konzept immer wieder auch zu bespielen und zu nutzen. Sei es mit den schnellen Kurznachrichten wie bei Instagram oder gar TikTok oder sei es mit gut gemachten Videos bei YouTube und so weiter und so weiter. Es gibt auch inzwischen immer mehr Online-Angebote und Möglichkeiten jenseits der großen Konzerne. Auch das lohnt sich genauer anzuschauen. Auch dazu noch ein bisschen mehr in den Shownotes sozusagen im herunterladbaren Handout. Schaut auch mal unter Online-Demo, fragt eure Suchmaschine danach. Sehr interessant, was Leute erreichen können, wenn sie es technisch möglich machen, mit richtig, richtig viel Wumms, zum Beispiel so einen Online-Shop, einen Online-Kaufportal eines Unternehmens zu attackieren. Hier ist Brot in Not, eher bei YouTube unterwegs gewesen. Wir haben ein Video gemacht, wo das Brot ganz furchtbar verfolgt wurde von einer Forscherin mit Genschere und sich dann in eine Bäckerei retten konnte. Witzig, hat auch viel Spaß gemacht zu erstellen und es ist ein bisschen rumgegangen. Ihr habt Forderungen in eurer Kampagne und es gibt natürlich verschiedene Wege, wie ihr sie transportiert. Mit jeder Aktion, mit jedem Pressefoto kann genau eine eurer Adressatinnen merken, Mensch, da ist ja echt was los. Ihr könnt aber auch noch mal genau überlegen, wie geht ihr gezielt auf PolitikerInnen zu. Unter Lobbyarbeit würde ich alles fassen, wo ihr direkt ins Gespräch geht, wenn ihr Gespräche mit EntscheiderInnen macht, sei es bei der Unterschriftenübergabe oder als Hintergrundgespräch. Ihr macht das gut vorbereitet und eventuell habt ihr aber auch die Idee und die Möglichkeit, PartnerInnen, MitstreiterInnen zu gewinnen und dann ladet ihr sogar zu einer Mitmachaktion ein, wo Menschen Abgeordnete besuchen und mit einer Fragenliste von euch gut ausgestattet an den Start gehen können. Manchmal hilft auch eine Studie, die Menschen in den entscheidenden Positionen zum Nachdenken zu bringen. Und eine Studie wiederum ist auch etwas gut gemacht, kann sie über die Presse wirksam werden. Unterschriften sammeln und Co. geht auf vielen, vielen Wegen. Ihr könnt online sammeln, auf eigenen Seiten. Das ist natürlich etwas aufwendiger. Es gibt aber auch zahlreiche Kampagnenanbieter, wo ihr kostenfrei einen eigenen Appell online stellen könnt. Und dann wird das genutzt. Und ihr müsst gar nicht viel Programmier- oder sonst was Kenntnisse haben, sondern könnt sehr schnell loslegen und ein bisschen Rückenwind dadurch einsammeln, weil ihr hinterher sagen könnt, hier sind ein paar tausend Unterschriften. Und diese Menschen teilen unsere Forderung, unsere Position. Und manchmal ist auch immer noch die gute alte Offline-Unterschriftensammlung hilfreich. Nie alleine die Unterschriftensammlung an sich, sondern das, was ihr daraus macht. Wir haben zum Beispiel hier einmal die Forderungen an einer Teigrolle aufgehängt und haben dann bei der Auseinandersetzung mit dem Forschungsministerium so wie ein Herold aus alten Zeiten die Forderungen entrollt. Und wir hatten in einer späteren Phase Postkarten. Die haben dann hunderte von Leuten unterschrieben und wir haben Girlanden gebastelt und haben dann diese Postkartengirlanden mitgebracht bei der Unterschriftenübergabe. Kreativ sein ist eine coole Sache. Kreatives Material macht eben auch Freude, landet an irgendwelchen PIN-Wänden und führt dazu, dass die Wahrnehmung steigt. Ist meistens in kurzfristigen Kampagnen gar nicht ganz so zentral, aber vor allem, wenn ihr ein bisschen länger am Ball seid. Es gibt da viele Wege. Zu jeder Blase wäre viel zu sagen. Schaut im Download und macht euch im Netz schlau. Bei Brot in Not gab es diese Brötchentüten. Wir haben die bedrucken können. Auf der Rückseite steht noch einmal eine zusammengefasste Kampagnen-Geschichte mit den Forderungen. Und es ging tatsächlich in der Auflage von 150.000 Stück über etliche Bäckereiteken in einer Aktionsphase, wo wir viele Bäckereien und auch mehrere kleine Ketten dafür gewonnen haben, ihre Brot und Brötchen in dieser Zeit in unserer Tüte abzugeben. Jawohl, das waren viele Ideen und es gibt noch so viele mehr. Und ich habe gedacht, schaut mal unten in die Aufgabenbeschreibung und füllt den Aktionstypen-Fragebogen aus. Es soll die ein oder andere kleine Erkenntnis erleichtern, was passt wirklich zu euch, was braucht eure Kampagne. Aber es soll euch natürlich auch nicht abhalten, da weiter runter zu scrollen und nochmal eine kleine Datenbank von Aktionsideen zu finden. Ich wünsche viel Spaß und viele kreative Eingebungen. Die Welt kann sie brauchen. Ich wünsche euch auch noch viele Sachen, Alle Zeit sind, diese Zeit, dazu nach dem Fall. Ich wünsche euch einfach so viele Tage, Und ich wünsche euch noch eine Frage,